Beim M&M Center gefällt mir speziell gut die vielfältigen Ausstellungen, die wir hier besuchen dürfen, vor allem mit den Kindern. Es ist immer wieder eine Freude, mit den Kindern hierher zu kommen und etwas erleben mit den Kindern. Die Frauen während dem Shoppen und der Vater mit den Kindern abgelenkt.